Kaupara Adho Mukha Vrikshasana ist eine Bezeichnung für den Skorpion. Adho Mukha Vrikshasana ist eigentlich der Handstand, der nach unten schauende Baum. Kaupara heißt die Ellbogen. Kaupara Adho Mukha Vrikshasana ist also der Handstand auf Ellbogen oder der Baum auf Ellbogen. Mehr zu dieser Stellung findest du in der Bezeichnung Skorpion oder Vrikshasana in der Yoga Vidya App sowie auf yoga-vidya.de.